und heute springen wir wieder wie ihr hier sehen könnt eine runde mit 2 wir starten ein dem wir hier das so warum ist das so laut wir machen das hier erst mal klein damit wir hier ein bisschen mehr auge haben so machen neues spiel das nennen wir da so rollenspiel habe ich das schon gut machen wir noch kein neues spiel abbrechen themen rollen ist doch jetzt nicht dann da rollenspiel perfekt machen die das hier eben schade ist runter gekommen cool dass mein spiel gespeichert wurde wollte ich hier eigentlich noch mal hin aber wir haben sogar schon drei sterne und erotik habe ich erotik habe ich nicht habe ich auch nicht noch mal gleich gemacht ja das ist jetzt auch weg jetzt sind die ja nicht mehr so beliebt weil wurde jetzt neue gemacht so nicht so engine features können wir gleich machen game play ich bin das themen genau erotik da ist es doch so dann können wir nämlich ein neues spiel entwickeln weil halt gerade das im trend ist so jetzt spiel entwickeln das nehmen wir jetzt so rollenspiel da haupt thema erotik nennspiel und das thema diesel ist unbeliebt okay unter thema boxen na wobei auftragsketter weil das sind so beide die dinge dann alle sprachen sind aktiviert alle features ich glaube eins geht nicht mit einer gucken ja moment vielleicht für 100.000 schon reingehen ist schon viel ja komm mal so let's go können wir hier nee können wir hier das auch mal machen aber fortsetzen natürlich mal gucken wie das spiel dann wird also das ist ja das liebteste spiel praktisch was gerade auch sehr im trend ist und ja so let's go wir haben immer die genommen deswegen nehmen wir die auch wieder und nur noch 60 warum sound grafik und gameplay oh 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 ok also sound sound oh was der kommt ja direkt rein also sound wir gucken erstmal nach sound die sind alle scheiße die sind alle scheiße sound grafik design ja dann können wir die hier einsteigen die hier einmal einstellen und den hier auch nochmal so so arbeitsmarkt können wir ja nochmal nach game design gucken dass wir hier ein paar einstellen wie die spiele wie die spiele besser werden wenn jetzt höre ich mal ein paar ein so ok kann ich jetzt hier eigentlich schon ne kann ich mal auch nicht ok so machen wir nämlich jetzt sonstiges machen wir das hier fertig dann können wir mal gucken was wir so marketing ja marketing ist auch ganz gut machen wir nämlich auch ein marketing spiel wir gucken noch mal nach einem neuen wir machen hier nur b dann wieder rollenspiel dann erotik und auftrags die hier können wir hier nur er kann man mit daraus so und dann haben wir das so erfüllte büros er kann ihn dann nichts für hier fortsetzen also musik sound sound noch mal ein bisschen fortsetzen hier also gameplay und hier das grüne was auch mal das ist ist alles gut aber sound sound und das hier nicht so so und das jetzt immer packen so ja 66 also sound gameplay warum sind gameplay wieder so was ist denn gameplay hier gibt es auch wieder programmieren das ist auch gut wieder ein paar programmierer hier rein so jetzt habe ich gerade aktuell ein paar probleme warte wir machen eine fortsetzung 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 von höhn das hier nennen wir dann um 2 rotik und auftragskiller bleibt wir sollten noch eine neue marketing marketing ach so ihr wisst was ich mein boah schon phoenix weiß achso ja natürlich ne ist nicht so ist nicht so also sound muss definitiv besser werden und sound okay jetzt haben wir hier wieder ganz viele perfekt dann kommen die die kommen jetzt alle rein einstellen 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 ich mach jetzt nur musik rein so ganz viele neue sound dinger so die sind alle noch ein bisschen im minus dann machen wir den großen phoenix 2 2 und den hier haben wir noch nicht fertig und 2000 fans plus so jetzt ist marketing gleich fertig perfekt engine features stimmt apropos engine features könnten auch mal eine engine entwickeln liebte beliebtheit der rollenspiel ist ja gerade beliebt deswegen oh es ist ein neues sphinx rausgekommen ich mache trotzdem das mhm verkaufspreis 1000 so keine ahnung was das sein soll stando engine weil man auf groß schreiben so perfekt du musst mir jetzt eine neue engine feature suchen hä wo kann man das denn ach hier ich bin alle jetzt geht es hey gut 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 dann läuft das jetzt hier mal alles ach so wir haben ja jetzt marketing dann können wir hier marketing so ähm näher am besten bauen und nicht arbeitsplätze marketing so das kommt nämlich hier vorne dann hin hallo so die tür kommt hier vorne hin so hä Tür die tür ist doch da da hä es können nicht alle räume erreicht werden ach so ach so so jetzt müsste das gehen kann sogar noch erweitern dann warte dann ich das hier kurz so jetzt vielleicht die tür hier hin so perfekt das ist jetzt ein marketing kann können wir hier nach marketing leute suchen marketing und support gibt es aktuell nur ein perfekt ein doch hier schutz wurde freigeschaltet okay so das jetzt zu 100 fertig dann haben wir hier noch eine engine feature wenn wir die engine dann auch irgendwann abdaten aber pro abdaten kostenloses update für phoenix 2 ebenfalls ein update und dann machen wir ein add-on für phoenix zwei zwei und das passt weil es sind ja schon alle drin so fortsetzen oh die musik hat sich jetzt so schnell hier über erhöht meine Güte so na ist immer noch bei 65 was ist denn mit den kackspielen los egal auf jeden fall sind wir jetzt mit na schön auf jeden fall sind wir jetzt mit ihm und ihm im grünen bereich so save games ja machen wir das auch rein dann suchen wir hier nochmal kurz nach marketing leute ob sich hier welche beworben haben nicht aber weise mit mit ihm mit negativen bergs ausbinden ja die sind alles scheiße also die frau ich alle nicht auftragsarbeit machen ich will die auftragsarbeit hier machen sonstiges konsolen entwicklung kann ich mir nicht leisten kann ich mir auch noch nicht sport trainings auch machen wir das hier noch so und den letzten ok leute ich würde sagen das war es erstmal mit dem video wenn es euch gefallen hat das gerne dann like ein abo und kommentar da außerdem auf mein despot server vorbei der ist unten in der video schon bei linken jetzt habt einen traumhafen tag und nochmals eurer troffen united john und ARD Text im Auftrag von Funk